60 Jahre nach Gründung seiner Modemarke steht Pierre Cardin noch immer für Furore an den Laufstegen. Der französische Designer hat es zum Multimillionär gebracht. Sein Name ziert Produkte vom Mieder bis zum Mineralwasser. Sein Rezept ausgeprägter Geschäftssinn und Kreativität. Mode ist nicht zu verwechseln mit Design. Mode ist das, was man anzieht. Design kann unangenehm oder unpopulär sein, aber es ist kreativ. Die wahren Werte liegen im Design. Seine ersten Sporen verdient sich Cardin nach dem Zweiten Weltkrieg bei Christian Dior. Mit futuristischen Designs macht er sich rasch einen eigenen Namen. Meine ersten Entwürfe waren von Dior beeinflusst, das muss ich zugeben. Aber ich habe mich bald davon freigemacht. Weg vom klassischen Anzug hin zu kosmischen Sphären. Satelliten, Laser, Computer, Mann auf dem Mond, das waren die Zukunftsthemen für mich. Als einer der ersten Modemacher brachte Cardin auch Männer auf den Laufsteg. Ich war der erste Designer, der auch Männermode entworfen hat. Nur Schneider haben das vor mir getan. Heute konzentrieren sich die Modemacher eher auf Männer als auf Frauen. Oder nicht? Also hatte ich recht. Vor 40, 50 Jahren. Heute ist Cardin Chef eines weltweiten Milliarden Imperiums mit 200.000 Mitarbeitern. Das Imperium stützt sich auf zahllose lizenzierte Produkte, die seinen Namen tragen. Puristen finden, Cardin verwässere damit seine Marke. Das fügt den Altmeister nicht an. Warum sollte ich die Möglichkeiten nicht ausnutzen, die ich habe? Das wäre wie bei einem Sänger, der nicht singen will. Sie würden ihr musikalisches Talent doch nicht jemandem anderen überlassen. Ans aufhören denkt Cardin auch mit 87 Jahren nicht. Solange er Kleidung wie diese schaffen kann, gibt es dafür auch keinen Grund.